Uiuiui, der letzte Part ging echt zu lange und war die HÖLLE Drecks Factory Zone 2 3 und damit willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Lost Web für den Nintendo 3DS Auf geht in dem sehr schweren Modus vom Boss von Frozen Factory Ach keine Ahnung, ich gehe dir nicht mehr Attacke Na komm Komm Schnell, äh, wo ist die Maus? Hä? Uiuaah, der ist bei mir wieder versteckt Ich stimmte euch an einiges mehr, ja Äh, wieso greifst du den hier an? Der steht vor ihm und wird nicht anvisiert Komm Ich zieh doch mal einen an Perfekt Ich hasse den Kampf jetzt schon Der wird nicht immer die Händere mit an Obwohl die eigentlich da so weit hinten sind, dass die gar nicht ein bisschen werden dürfen Yes Komm Oh Gott, ich hasse die Kämpfe jetzt schon wieder Ich weiß auch nicht, wieso das immer so scheiße läuft Kannst vergessen jetzt, nachdem ich jetzt so richtig schon im Rage War wieder bin, brauche ich mich jetzt nicht anzurufen Glaub mir, du hast jetzt mehr Fall gemacht, als du dir erwartet hast Danke fürs Material, aber lasst mich in Ruhe damit, ey Ich hasse es Ja, jetzt können wir zwar in den Silent Forest, äh, in die nächste Hölle rein, aber Äh Ich habe absolut keine Lust Auf Act One Ich habe absolut gar keine Lust mehr Weil es in der Hölle ist Und das ist noch nicht mal gelogen Beim nächsten Level werde ich auf jeden Fall deinen Super Sonic dann einsetzen Deswegen brauche ich da Skill und Super Sonic Ah, let's go Jetzt müssen wir mal richtig farmen hier Oder gar den Toro gar nicht einfach einlegen Das kann ich mir auch so nicht, ja Und unter Yes Verdammt, Axt Die Energie ist schon rum So muss ich nochmal neu laden Verdammt, ich habe den einen Ring verpasst Attack Attack Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den richtigen Weg nehmen Ich will rechts dann Wieso ist die Energie eh ausgegangen? Wieso ist die Energie eh ausgegangen? Es ist schon schnell ausgehebend, ich hätte es nicht gedacht Runter Yep Wieso geht die so schnell aus? Haben die ja selber das beschleunigt, den Den Output Das ist ja irgendwer, wenn die das so untergesetzt haben, dass das schnell ausgeht Ist ja unfair gemacht Ist ja unfair gemacht Oh Gott, nein Oh Gott, nein Oh komm Oh Gott Oh Gott Ja Ja, verdammt Ja Ja Die sollen sie da drauf zielen, hä? Die haben das nicht richtig gut eingestellt Das ist eigentlich unmöglich Du kannst die so So genau zielen kannst du nicht Ja, die haben das doch schwer gemacht Ich habe das gedacht Dein Äh Ist die Art hast du verklemmt? Irgendwas ist hier nicht ganz richtig Bei dem Level Ich merke das schon Hier läuft irgendwas nicht ganz richtig So Dann hier Dein Verdammte Axt Äh Dann hier Yes Und Oh Gott Was ist das für ein Level Das ist irgendwie ein bisschen scheiße gemacht Vor allem das Ende Das ist echt blöd gemacht Wenn er das zielen muss So Dann wollen wir mal Auf für die Hölle Von Silent Forest Ich hasse dieses Level Go Da gibt es zwei Ringe Die frage ich jetzt Wie weit haben die das jetzt verändert Wenn das jetzt noch so weit hinzu ist Wie vorher Könnte es klappen Da dann Jetzt darf ich der Text eintippen Du Dann du Dann du Na verdammt Attacke Das ist jetzt ein bisschen schwerer Wir haben auch noch einen Und hoch Und hoch Ey Das ist doch beschiss Wenn Das ist nicht gut gemacht Für Gerade für Zitra-Spiel Das ist absolut schlecht gemacht Wie soll ich denn da solche Manöver ausführen Ich kann leider nicht springen Und gleichzeitig angreifen Na komm Ey Geh Ist der Bähendort Geh gesehen Dass ich gerade gucke Ich will gerade gucken Genau Genau soll ich gucken Jetzt kann ich nämlich mit laufen Weiter gehen Das nehme ich mal kurz mal mit Okay Die Kamera wieder Wie ich es brauche Und Angriff Und jetzt brauche ich eigentlich Nur noch den Weg lang fahren Ui Habe ich mal richtig hart abgekürzt Jetzt einfach weiter Yes Das ist doch cool So geht es doch einfacher Mach es allerdings für die Zitra-Spiel Auch etwas angenehmer Wir wollen ja auch Ein bisschen Luxus haben Ah Dann Dann Komm Drei Oh Schwul So Bei ihm hätte ich kein Problem damit Einer geht ja aber Ah Na Hä Wieso rutscht er ab Irgendwas ist da nicht richtig im Spiel Da Das könnte klappen Sogar Das könnte sogar klappen Nee Ich versuche es einfach mal Haha Gut Wir haben es Soweit So Kamera drehen Dahin Und Schummelelei On So Dann haben wir schon mal das erste geschafft Jetzt machen wir den Mittelweg Der erste ältere Es tut mir leid Für alle die das Im Die Einen ersten Spieler sehen wollen Aber Ich lasse mich doch nicht auf So was hier zu machen Ihr seid doch Der Typ Wir müssen den Typ wirklich töten So Machen wir das mal Oh Gott Wie sieht er denn an Ah ja Wir haben hier Mystique Jetzt können wir den Schalter benutzen Jetzt musst du noch Das benutzen Go Haha Gut Damit hätten wir das schon mal hinter uns Räser Nummer 2 Aktivieren Genau Das wollten wir Erreichen So Jetzt müssen wir gucken Ob wir das schaffen Geil im Kopf Geil Alles noch Und da weg zu machen Könnte klappen Jetzt aktivieren Jetzt muss ich nur gucken Dass ich es rechtzeitig schaffe Hä Das Das ist ein Albtraum Das ist ein Albtraum Das funktioniert nicht Der hat jetzt Ja Okay Auf die Taste Ich kann nicht Das schwöre ich Jetzt einfach mal so wie es ist Ich habe gedrückt Der so Irgendwie ist das X-Defekt oder Ne Das X geht noch Ich dachte gerade Die X-Taste ist Kommt Im Arsch Das kann ja auch alles sein Fiste den doch Jetzt Alter Ich habe mich eigentlich getroffen Danke Attackierst du den mal? Der steht genau vor dir Und du kriegst den nicht mehr attackiert Was bist du für ein Lappen? Wisst ihr was? Wir machen das auf den Vorstieg im Weg Das Spiel hat es ja gerade vorgemacht Wir dürfen es nicht anders machen Wenn wir anders spielen Dann Sind wir scheiße So Dann zu dir Einmal aktivieren Bitte Nicht runterfallen Sonic Wer hat gesagt Dass du runterfallen sollst Also ich schwöre Nichts gesagt Sam Ich überlege gerade Was machen wir jetzt Eigentlich da hinten Bist du was? Eigentlich ist das Nicht meine Art Aber bei dem Mache ich das jetzt mal Einfach Das Prinzip Weil ich Angst habe Yes Wir haben es geschafft Wir können hier weiter So Zu dir So Du auch Du auch Wo komme ich das denn? Krieg den zu töten? Okay Der ist down Vielleicht Wir können weiter Komm 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 Wie kommt ich das denn? Komm So Der ist tot Und du auch Und du auch Ich mach's mal Eins Und zwei So Dem hab ich das mal Schon mal Richtig hart Einer aufs Maul gegeben Und ich guck Wo der ist Der ist hier Hol mit uns Eins Und zwei Dann können wir ja weiter Da ist die Blume Endlich Endlich Können wir zum Ziel Unserer Träume Dann will ich auch Ein Partender machen Weil Der Park ging jetzt Schon zu lange Also von Daher Ihr könnt schon mal Einen Kommentar Und eine Bewertung Da lassen Bis zum nächsten Mal Wieder Wenn wir weitermachen Mit den ganzen Leveln Oh Gott Wir haben fast Eigentlich mal alle zusammen Aber Es dauert noch etwas Also bis dahin Und Emerald Control Wohl